Was wirst du... bekommen? The Dark Side ich stecke im rücken ja die ist geil und die mich auch mal gezielt mal spielen weil gibt es so viele schleich und ich merke ich werde beschossen noch mal noch mal hinter uns irgendwas schießt hinter mich und der 100 100 pro auf dem dach war der penner gehst du rein erstmal hier ach ja ich sehe ich sehe seine beine ich habe mich schädigt er kommt runter hab ihn er war hinter dir okay lässt mich einfach alleine danke sebastian der habe ich noch gekriegt okay ich habe ihn zwar noch gekriegt und hinter uns bauen so drei dann gucken wenn ich mit der angriffsklasse manchmal vielleicht den spitze ist noch mal vielleicht hat der spitze ist so lange dauert weil ich glaube der offizier hat auch lange genug gemacht gerade also ist wie gesagt kann nur der angriff oder speziell ist sein der mir fehlt so aber immer gerade lustig anzusehen wieder versucht hast durch die tür zu gehen ich erkennt man immer nicht mehr ich stelle meinen geschützt jetzt hier oben macht das macht das irgendwo hier wird geschossen in der nähe hier ist einer riesen heavy ohrmann was die aushalt es ist ein witz man den gefühlt fünf mann kopf geballert hat einer danke für das ist sebastian auf dem dach seiner auf dem dach hab ihn die ist so geil die kniffte 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 ist doch geil ich komme drei mannen gegen das ist ein job verkennt einer kennt streue geschützt ich brauche hilfe ich habe versucht wieder durch die tür zu gehen granate wird ja wohl granate weg mit dir ich komme von hinten mann ey haben wir noch zwei weg geholt wie lauten die befehle wir beide sind erste vielleicht haben wir es auf der treppe quatsch ich mache ein gefecht auf der treppe mein gott ey dass ich das nochmal leben durfte vielleicht glaube nicht für nachher sind es noch das spielt ja denn vielleicht schon du lernst ja schnell bist ja nicht doof in den spiel ja du musst halt nur die map halt richtig kennen weißt du das halt das problem die kenne ich halt nicht oder ist kleiner mann kann man wieder gar nicht ran hast du mir den asch gerettet hier nee 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 es war ein anderer ich wollte gerade in die falsche richtung wo ist der typ hier oben war doch einer danke dass du dich so locker kühlen bist kollege ja das habe ich manchmal andere probleme hier kommen noch mehr immer da bleiben wo die kollegen sind und man ja von den mitten abgeladen gerade per bande nachkommen und schade das ist der gebackt gerade der typ zum gogo alter was die gleiche zahl von eliminierung wie das kann ich sein sind alles glaube ich irgendwie es ist oder so irgendwas kegel mit der blendgranate ich habe noch nie ein kümmer mit der blick gerade weil sie mal kill serie was hier los alter ich weiß nicht wie viel ich habe alter hinter dir war einer oder hinter diesen zwei das erkennt hier welche am leben das kenne ich ja gar nicht von ihm das noch einer rechts pass auf da war noch einer genau das war der afk was war mit dem los hinter uns hinter uns hinter uns nein warum tötet er mich mann er war sehr wir er war sehr wir ich habe nicht gerecht nice er hatte auch gerade einen lauf 12 war sehr wir ich komme mir vor du kennst ja auch her der ringe ne hast ja auch geguckt ne die alten teile ich komme mir vor wie hier wie heißt der gimli und legolas 21 22 23 ich habe jetzt zehn drei aber offiziell steht sie mit 18 zu 6 16 ohr scheiße aber endo ist die allergeizte da habe ich ja meine 29 1 also die bieralte 33 35 die ist die so krass ist ja kein wald ja und gerade ist er kam da völlig verwirrt ich sehe den leichte da wo ist der typ ja den habe ich auch noch geholt wir haben uns weiter gegen geld getötet aber den habe ich noch das ist eine gute lange runde das gewinnen wir denke ich mal also dürfte jetzt nicht mehr schief gehen schön im rücken geschossen wie man es gerne hat ich glaube ich bin gerade hinter einem gespawnt krieg ich den noch oder mal drei salven drei külse vier salven vier külse wie kriegt man das scheiß körperschild der mich gerade mit dem körper schild weggauern wie kriegt man sich das körper schild ich weiß noch nicht mal wie das heißt hier ja hab ich gerade gewundert so scheiße man den typ muss ich mir zu er was hast du mal gesagt schön habe ich unterbrochen irgendwas mit drei salven ne scheiße doch ja vier salven vier külse waren das ah nice aber der hat ein thermalgloss geworfen ne der schubbocker hier ach schon wieder mit dem körperschild man da kam wahrscheinlich noch ich weiß auch nicht wo auch hier sind alle gespawnt alle ich habe einen geholt es gibt es gar nicht man ja gut aber das ist wieder meine weißt du läufst erstmal an dem ort vorbei und dann wollen direkt hinter dir drei leute das ist hat sich gebessert glaube ich und wie im nächsten teil wenn der kinder die ein auf dem dach hier sein auf dem dach auch gott hat den gleich städte noch ich weiß noch trotzdem sehr fassen rum nein da habe ich etwas mehr eliminierung als ich bin ja warte mal hinter mir schon wieder nein ich habe 19 sieben siehst du ich bin der könig der assist ja gut ja gut offiziell ich mehr als du aber ein treppchen dürfte sicher sein glaube ich bin zweiter so läuft platz vier oder fünf so für safe sein weil ich zählt ja auf beiden seiten ich habe 5000 momentan bin ich zweiter vom von der lobby mal gucken ein paar kids brauche ich noch hinter dir pass auf da ist ja hinter dir ist auch noch einer oder zwei ich habe und hier gefecht geht eigentlich ziemlich schnell und wenn du so eine gute wunde das jetzt was auch gute punkte weiß ja der ist mir gerade schon die in die kürze gelaufen ich habe einfach nur so reaktion schießen gerade der da auch nur so wen ich leben gehabt naja wir bekommen auch in die welt man sieht die gar nicht so die haben sind gut getarnt man nach der dv gehabt aber die hätte fast noch gehabt kam von hinten an nice noch fünf haben wir vorwärts noch zwei ja das war es auch gleich gewesen jetzt er hat auch spaß gemacht 435 kurz voran 28 noch nice